Dieser Videoclip zeigt, wie Sie 3D-Projektmodelle aus Archicad ins Google Earth exportieren können. Von Archicad 17 an ist die Google Earth-Verbindung gänzlich integriert und Sie brauchen keine Add-ons herunterzuladen und zu installieren. Bevor Sie das Projektmodell exportieren, müssen Sie die richtigen Koordinaten der Lage angeben. Öffnen Sie Optionen, Projektpräferenzen, den Befehl Projektlage, um den entsprechenden Dialog zu öffnen. Hier können Sie den Breitengrad und den Längengrad genau spezifizieren und auch die Höhenlage angeben. Die Richtung des Projekts, in diesem Fall Nord, können Sie hier auch bestimmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche In Google Maps Anzeigen, um sich die Lage Ihres Projekts anzuschauen. Google Maps öffnet sich dann und der grüne Pfeil auf dem Bildschirm zeigt die vorher angegebene Projektlage. Sie können weiter auf den Bauplatz zoomen und die Anzeigeoptionen auch in Google Earth ändern. Wenn Sie einmal das Grundstück im Google Earth überprüft haben, können Sie zu Archicad zurückkehren. Zeigen Sie die 3D-Ansicht des Projekts an und zoomen Sie ein bisschen aus. Aktivieren Sie Ablage, Datei Spezial und den Menübefehl Modell an Google Earth schicken. Das öffnet den Dialog der Exportoptionen. Aktivieren Sie die Checkbox Archicad Kamera als Google Earth Ansichten. Hier haben Sie auch die Möglichkeit zu spezifizieren, wie Sie die Projekthöhe in Google Earth einstellen möchten. Sie können die Höhe in Archicad verwenden, wenn Sie schon den richtigen Wert dafür bekommen haben. In diesem Fall wählen Sie die Option Absolut. In dem Fall, wenn Sie die korrekte Projekthöhe vorher nicht herausbekommen konnten, wählen Sie für die Höhe in Google Earth die Option Am Boden gebunden. Für die Fortsetzung klicken Sie auf OK. Das Archicad Gebäudemodell ist als KMZ-Datei gespeichert und Google Earth öffnet sich automatisch. Es ist wichtig, dass Sie schon vor dieser Aktion Google Earth auf Ihrem Computer installieren. Wie Sie nun sehen, ist das Modell in Google Earth genau auf das Grundstück gesetzt, das Sie dafür vorher bestimmt haben. Kehren Sie zurück zum Archicad Projekt. Aktivieren Sie Ablage und dann den Befehl Sichern als, um das Projekt im KMZ-Format zu sichern. Wählen Sie dieses Format von der Liste aus. Sie können auch sehen, dass die Optionen, die Sie vorhin kennengelernt haben, auch hier verfügbar sind. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Sichern geklickt haben, erscheint der Dialog Google Earth Optionen. Hier können Sie einen Namen für das Modell eintragen und auch eine kurze Projektbeschreibung hinzugeben. Verschiedene Elementtypen können aus dem Modell Export ausgeschlossen werden. Auf diese Weise können Sie die Komplexität des Modells reduzieren. Der Polygonzähler zeigt die Anzahl von Polygonen an, die Sie eben exportieren wollen, und die Modellkomplexität wird auch automatisch berechnet. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die KMZ-Datei automatisch auf dem lokalen Computer gespeichert. Es ist nun möglich, diese Datei ins Google Earth zu importieren.